Hallo und willkommen zurück bei Age of Wuli mit mir, dem Maru. Wir sollen irgendwas ausgraben. Dazu nehmen wir unser Pferd. Die hören es hier nicht. Hallo Pferd. Achso, wir würden noch die Schaupel mitnehmen von ihm. So, und Sprinten. Pfefferminz. Oh, mein Pferd ist komisch. Wir können das nicht anfassen. Hi. Okay. Jetzt ziehen wir erstmal wohin, wo wir mehr sehen können. Unlock. Move, würde ich es gerne. Ich würde es gerne bewegen. Ein bisschen Remaining-Canola-Oil. Okay. Jetzt sollen wir... Den Kohlpultmen... Achso, ne, das ist was anderes. Ähm, wir sollen mit einer Schaufel irgendwas hier hinten ausgraben. Hier. Schaufeln wir mal. Und... Das sollen wir zurückbringen zum seltsamen alten Mann. Hier hochspringen. Ja. Ha, Abkürzung hier. Das Auto-Bruf-System ist wahrscheinlich dann am Ende ein bisschen... Ah, schade. Das wäre jetzt cool gewesen, aber... Jetzt kniegt die Abkürzung. Okay. Die neue Verstärkung kommt. Okay. Das sollte nicht... Äh... Verschoben werden. Sollte uns beeilen. Das ist Li Jin Hua. Die ihren Quingshu. Freut sich wiederzusehen. Die Altman bleibt da. Macht dann ein Ritual. Macht dann deine cool Ninja-Moves. Hä, äh... Ein Token. Sammeln. Bommel Li Jin Hua. Und dann zurück zu Bouging. Bouging. Hier ist mein Pferd. So. Und Reiten. Ah, es ist halt dieses typische MMO von A nach B Gelatsche. Hm... Gruppensystem. Attribute. Okay. Mal mit alten Männern reden. Okay, dann kriegen wir hier Medizin. Okay, ähm... War richtig. Okay. Biografie. Miracle Dr. Muren. Okay. Wir sollen die Goods wiederholen. Ist das weit weg? Na, ein bisschen. Wir können Tweet the Bugs. The wine is in the middle green. It smells fresh. Achso, wir sollen jetzt den Viech das Töcher trinken. Ähm... Der Wein nach links hat keinen... Oh, wir müssen mal... Entfernen. Bye-bye Pferd. Und... Okay, trinken wir erst das. Dann trinken wir das. Und dann trinken wir den hier. Äh... Wir sind fast gestorben daran. Okay. Dann nehmen wir den da. Ähm... War auch falsch. Dann fangen wir damit an. Dann lassen wir unsere Gedanken wandern. Und dann werden wir von 1000 Bugs gebissen. Dann fangen wir halt mit den bösen Käfern an. Dann... Das da... Äh... Auch falsch. Dann der... Okay. Und... Nach links. Das scheint richtig zu sein. Okay. Beginnen Plot. Das ist so gut. Machen große Fortschritte auf diese Weise. Hört auf weg zu rennen. Dieb. Was passiert da? Was ist passiert? Ne, guck was passiert ist. Ja, Meister. Die haben uns geklaut von diesem Mädchen. Lass uns fangen und die Situation ausprobieren. Äh... Ausprobieren. Komm her, Pferd. Hallo, Pferd. Oh, falscher Knopf. Ah, dann laufen halt. Ja. Okay. Soll mit einer Frau reden, die anscheinend vergiftet wurde. Okay. Soll mit einer Frau reden, die anscheinend vergiftet wurde. Sie sind es. Gau-jee-juu-jee. Hm. Jetzt, Dori... ... ist jedem selbst überlassen. Wahrscheinlich wenn man auf dem Kung Fu und dem ganzen Spaß wirklich Fan davon ist, ist das gar nicht so schlecht. Äh... Hm. Nein, wir nehmen das obere Nimm das Okay Sollen wir erst mal meditieren Oh, was war das jetzt? Achso Ähm, meditieren Rappier aufladen So, genug meditiert Pferdchen Oh, zwei Schwerter Pferdchen Ah, hi Pferd Bewegen wir uns auf dem Pferd Ah, gar nicht so weit Hallo Ich hoffe, du kannst verstehen meinen Schmerz und meinen von mir hintergrund Ich weiß nicht, was du Äh, wirklich nicht wissen möchtest Solltest du es selber rausfinden Hm Du bist böse, ich helfe dir sterben Oh Hä? Ah Die haben uns umgebracht Einfach so Schon wieder Oh, du bist so mächtig Und dann Lass uns erst mal in den Inn gehen Hätten wir rot vertonen können Mit meinem Holzschwert hier Ähm Hier Okay Okay, mehr Items Broder Sun Äh, wer muss Arbeit für ungeduldige Leute Wie ist denn Bergarbeit? Du weißt, dass diese Dinge sehr schwer sind Ah, der Sektenlieder weiß dann Mist zu schätzen Nun, ich wage es nicht über die Zukunft nachzudenken Viele Außenseiter Poppeln rum Das ist ein bisschen schnell der Text Selbst für ein verübter Leser Das ist halt diese ganzen asiatischen Begriffe An denen hänge ich mich auf Deswegen mache ich es auch nicht zu übersetzen Und wie gesagt, es ist ja hier dazu da Das Spiel zu checken Und die Story ist nun mal sehr subjektiv Manche mögen sie, manche mögen sie nicht Das wäre jetzt blöd Wenn ich mich hier auf die Story versteifen würde Oh Dann nehmen wir mal kurz die Goods ein Was soll uns schon passieren? Wir haben noch einen Fett erhalten Okay, 8 oder 8 Ähm, increase the jumping high Und trading on the airskill a little Parry in them to increase the little Recovery speed, äh So Ich kann ja beides ziehen Oh Schön Danke für Zählen Find den Bootmann Der ist ja nicht weit weg, hoffe ich Hier sind wir da unten Dann sind wir die Xiyang Gang Western Soul Field Warf Hallo Bootsmann Wir sollen Dahehen Bis dann, oder? Ja Hätte ich auch schwimmen können Bei der Geschwindigkeit Smalltalk habe ich gerade keine Lust Wie liegt weiter her Ich habe mein Gedächtnis verloren Und andere Probleme Konfuzius sagt Ich kann nicht so schnell lesen Wie du den Text weg machst Billiger Iron-Schmuck In Chengdu Konfuzius sagt Ach Mann Ich würde da gerne mal vorlesen, was Konfuzius sagt Das ist interessant Kann ich eben beschleunigen Kann ich eben beschleunigen Ken Challenge Single Combo has reached 100 times Endlessly circulate lernen Lernen Lange halten wir überhaupt nicht mal den Gegner Als das funktionieren würde Ein schönes Wasserrad Puh Also das Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht Das ist einfach Das ist zwar Immersion und alles Aber Hier passiert jetzt halt nichts Wir sind jetzt halt hier Und Ja Schön Dann kommen wir jetzt endlich an den Sword West Flats an Beim nächsten Mal teleportiere ich mich Oder auch nicht Oh Gott Bitte mach jetzt hier Pressebutton M2O Ob sie mit einem Konfirm betagelt Hm Das ist echt den ganzen Weg hier auf dem Wasser zu Schauen wir Das ist nicht so nett Schauen wir mal ein bisschen die Karte an Gang jubila Okay Wow Wow Ein kleiner Kanon hier Man okay dafür lässt es nur ein Mann So ein riesen Schiff bewegt Das ist schon verdammt schnell Ne Aber Mann ist das langsam Juhu Wir haben bloß ein Training Ein xp weil wir zugeschaut haben Hallo Okay Reden wir weiter mit ihr Put on the giant My clothing ahead towards Okay Wir sollen die Klamotten anziehen Und da hochlaufen Und da hochlaufen Alle freundlich zu uns Ist das Weitek Nein Okay Das laufen wir zu Wuss Dann müssen wir nicht unser Pferd vom Äh Einsammeln Geben wir dann noch hier schnell die Quest ab Und werden dann auch im nächsten Part gucken was hier so weiter geht Scheiß ich pvp sowas nicht zeigen konnte Aber ich glaube das Dafür fehlen uns noch einiges Bis wir da rein können Bzw. es macht aber einfach gar keiner mit Wo rätst du denn hin jetzt Play it by ear Hm Hier Bäh Enchanting pants Lightness penance Equipment box Ich hab keine Ahnung was ich da gerade eingefangen Tiert hab Hm Häh Head to war zixian gank Head to das wall Wants Er Play it by ear Hm Machen wir einfach mal den Weg hier lang Ich hab leider keine Ahnung was wir machen müssen Play it by ear Wo rät sie hin Hm Ah Hä Die side tour ist locked Vielleicht fangen wir hoch Ich hätte auch nicht mal vorne rein gehen können Wir reden gerade über jemanden der was gesehen hat Anscheinend ein armes kleines Kind das gefangen wurde weil was irgendwas gesehen hat Und diese Bösung geht weg Okay wir sollen irgendwas machen Go to search in the rear courtyard of the xian hung headquarters we may be able to find new tier shoes in danger Ah ich würd sagen ob wir ihn finden Sehen wir in der nächsten folge Dennis steht dann nämlich schon Bis dahin Tschüss Das ist